Die gerade die Lebensgeschichte von Schlingelgaming hier hören, wollten wir eigentlich nicht, aber ich sage jetzt auch erst mal Hallo hier, obwohl die Lebensweisheiten von Schlingelgaming immer sehr interessant sind. Genau. Ja, mindestens, mindestens, ich habe mich damals total weggeschmissen, als ich dieses Video gesehen habe, aber dummerweise hat er es irgendwie gelöscht. Ich fand es cool. Nee, ich weiß ja noch, als er damals dieses GTA-Ding, was er damals rausgebracht hatte, ich glaube, das Ding war noch nicht mal 20 Minuten online, schon hat er 46 Aufrufe gehabt. Ja, stimmt, mehr ist dann aber auch nicht dazu gekommen. Die höchsten Aufrufe, die ich glaube ich habe, sind über 15.000, das ist das höchste, was ich habe. Die Sache ist natürlich, die meisten Abonnenten kriegst du natürlich viel, wenn du zum Beispiel andere Videos kommentierst, oder das haben mir jetzt ja schon viele gesagt. Aber dazu müsste er sich wirklich jeden Tag an YouTube heransetzen und dauernd kommentieren. Oh, Backwater-Sampf. Sehr schön. Gut, ich sage mal, wenn du bei Gronkh abonnierst, äh, nee, ich glaube auch nicht. Wer ist es denn? it's ist die Jägerin. Ich habe sie gerade gehört. Dieses LAL LALALA LALALALALA Ah, ich... Ja gut, aber sie hat ja noch Ja, sie hat ja noch ihr normales Beil Nee, weil man so gut spielen kann Okay, er kommt zu mir Ja, ich helfe, ja Ich habe jetzt gedacht, die kommen zu mir hoch Das ist glaube ich eher weniger Nee, sie ist bei mir hier oben Aber sie griff mich nicht Oh, jetzt schmeiße ich mir die in Äxten Ja, ich renne doch hier irgendwo weg Oh Gott Ja, natürlich hat sie mich erwischt Egal, ich renne mal zu euch da hinten hin Oh, sie hat dich gesehen Sehr gut Sie wird dich auf jeden Fall gleich kriegen Doch, sie hat dich gesehen Sie kommt nämlich direkt zu dir Ja, sie hat dich aber trotzdem gesehen Nee, sie kämmt Die bleibt vor mir stehen Jetzt holt sie sich zwei neue Beile Und bleibt vor mir stehen Die macht nicht mehr Oh, jetzt bewegt sie sich ja doch noch Ja, ich glaube, sie hat Barbecue und Chili drin Würde ich sagen Obwohl das eigentlich die unteren Levelgen Eigentlich kaum haben Also bei mir ist niemand Oh, doch Jetzt kann sie mich mal heilen hier Hallo Oh, sie kommt schon wieder Ich komme noch nicht mal zum Heilen Ja, ich schon Ja, das wollte ich nicht Wenn Leute so assig spielen Schon ein paar Minuten Nee, das nicht Dazu waren auch diese Lori hier Das sieht man Okay, sie ist schon wieder hier irgendwo Wenn ich wüsste, wo sie ist Fuck Ja, aber die kann doch diese Beile werfen. Also das macht in Menge auch was. Oh, da läuft ein Jake. Geh ich auch mal von aus. Dann ist es die falsche Karte, weil es gibt zwei Karten jeweils davon. Aber ich hab das Schiff auch noch nicht gesehen. Die mag dich, natürlich. Ich mach mal den Generator hier weiter. Der ist jetzt fertig. Ich hab hier Lori bei mir. Ich hab den Random hier. Oh! Die hat eben neben mich geschmissen. Oh mein Gott! Kitty jetzt mal weg. Das hab ich gerade gemerkt. Ich glaube, macht die überhaupt noch irgendwas? Ich glaube, die macht gar nichts, wa? Ja? Die schmeißt nur irgendwie wild... Die schmeißt nur wild die Äxte hier. Ja, die wirft einfach nur wild irgendwelche Äxte. Die macht sonst gar nichts mehr. Echt? Meinst du? Ich warte beim Ausgang oder was, ja? Das heißt, wir sollen sozusagen den Letzten machen. Oh, dass jemand verletzt, komm mal hier hoch. Oh shit, da ist einer verletzt. Äh, dann komm mal in die andere Richtung. Oh ja. Okay, ich komm dir entgegen. Wie will sie, glaub ich, dass wir den... Das glaub ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, bei dem Ausgang eher. So, ich heil dich jetzt mal. Du bist nämlich noch verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere war. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Ja, dann müsste man wissen, wo der andere ist. Und wie weit... Dann würdest du zu dem anderen gehen. Ich weiß nicht. Der muss außen irgendwo sein. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Okay, hier ist die Musik. Ja, aber da ist die Jägerin. Ich geh raus. Die steht direkt an dem Ausgang. Aber sie macht nichts. Du kannst eigentlich dran vorbeilaufen. Die macht echt nichts. Und du bist beim ersten Schlag noch nicht mal tot. Die macht echt nichts, Malte. Die macht echt nichts. Wo ich gerade rausgegangen bin, wo wir eben neben... Der andere müsste auch offen sein, ja. Ja, die steht direkt... Die macht aber nichts. Ich konnte direkt daran vorbeilaufen. Feigling. 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 Jetzt geht er echt den ganzen Weg nach dem anderen Ausgang. Sie kommt nämlich wieder zu dir, wa? Ja, das denke ich mal nämlich auch, ja. Jetzt läuft sie. Ne, die läuft, die läuft... Ja, die interessiert sich für dich gar nicht. Oh Gott. Echt? Ich seh das gerade nicht. Ja, da ist sie. Ja. Oh Gott. Also gut war die echt nicht, ja. Gut, es ist auch nicht einfach mit ihr zu spielen, muss man ganz klar sagen. Also... Raus? Achso, das habe ich jetzt auch gerade gehabt, ja. Das habe ich auch gerade gemacht. Dann sage ich mal, für das Zusehen... Zwar war es jetzt nicht so aufregend, aber mir sind Punkte natürlich wesentlich lieber. Ja, der war auch Level 20. Ja, bis zum nächsten Mal.